Wir machen direkt weiter mit dem Programm. Wir hatten vorhin schon einen Blog, wo wir Menschen hier auf der Bühne hatten, die Aktivistinnen sind, Aktivisten und in Zivilinitiativen aktiv sind. Jetzt sind wieder einige hier dabei. Ich darf nach vorne bitten. Einmal Repräsentanten von Bissing Kids. Hallo. Wow, das sieht ja irre aus, hier. Als einer von den vielen Menschen, die sich in den Nachbarschaftsinitiativen oder Hausgemeinschaften engagieren, möchte ich über die solidarischen Abwehrkämpfe gegen Verdrängung sprechen, zu denen sich viele Gruppen in den Städten formiert haben. Wir erleben es alle in unserer direkten Nähe. Häuser werden in Eigentumswohnungen umgewandelt, Mieten steigen, Bewohnerinnen und Gewerbetreibenden werden verdrängt, nachbarschaftliche Beziehungen zerrissen. Menschen werden in der Wohnungskrise gegeneinander ausgespielt und zu Konkurrentinnen gemacht. Rassismus und Diskriminierung erschweren die Wohnungssuche. Unsere Städten werden durch die Immobilienwirtschaft und die Politik, die den Investoren alles erlaubt, in Arm und Reich gespalten. Dagegen kommen wir in den Kiezen zusammen, lernen mit und voneinander in unserer Verschiedenheit. Wir versuchen, die Schwächsten zu stärken und setzen Menschlichkeit gegen Profit. Unsere Solidarität ist so unteilbar wie das Menschenrecht auf Wohnen. Wie sie geht's. Dankeschön. Wir müssen leider direkt weiter machen.